xBit mit dem exklusiven Coincode von xBT ist ein Coin, welcher auf der Grundlage des SHA-256 Algorithmus entwickelt wurde. Dies ist derselbe Algorithmus, der bei der Entwicklung einer anderen wichtigen Kryptowährung verwendet wurde, nämlich Bitcoin. Die neueste Version des Quellcodes wurde zum Generieren und Entwickeln des Blockchain-Netzwerks von xBit verwendet. Dieser Coin verfügt jedoch über ein eigenes, völlig unabhängiges und exklusives Blockchain-Netzwerk. Im Gegensatz zu anderen Coins, welche auf anderen Blockchain-Netzwerken basieren, ist xBit ein völlig unabhängiger Coin mit einer eigenen Blockchain. Die Gesamtobergrenze von xBit beträgt eine Milliarde Coins, welche bereits existieren. In diesem Netzwerk werden eine Milliarde Coins erstellt und wie folgt verteilt. Frühinvestoren, die das Casino und das Entwicklungsteam gegründet haben, erhalten 400 Millionen Coins. Mit ihrer Investition wurden der gesamte Betrieb, das Projekt und das Casino aufgebaut. Gewöhnlichen Käufern werden 400 Millionen Coins angeboten. Der Rest der 200 Millionen Coins wird dem Casino-Betrieb zur Verfügung gestellt. ICES werden durchgeführt, damit das Unternehmen oder das Projekt flüssige Mittel sammeln kann. Aber xBit ist dies anders, da xBit für eine bereits existierende Finanzdienstleistung erstellt wurde, ein Online-Casino. Vor dem Coin wurde bereits ein Finanzdienstleister, ein Casino, mit seinen besonderen Dienstleistungen und Merkmalen eingerichtet. Dieser Online-Spielapparat oder dieses Online-Casino akzeptiert diese Kryptowährung. Diejenigen, die diesen Coin kaufen, erhalten die Vorteile und Zinsen vom Casino. Dies ist genau wie der Kauf von Aktien von einem Casino. Der Startpreis für xBit ist zwar sehr niedrig, aber hinter dem Coin steckt eine sehr starke und solide technische Basis. Es gibt also ein großes Wachstumspotenzial. Da diese Coins im Casino verwendet werden, ist es wie beim Kauf von Aktien. Das Casino akzeptiert die Coins zum Spielen und zahlt die Gewinne wieder auf die Coins zurück, eine Win-Win-Situation. Zusätzlich sollte erwähnt werden, dass es sich bei diesem Casino um ein offizielles Casino mit allen erforderlichen Lizenzen handelt.